Frau Bundeskanzlerin, zu Beginn eines neuen Jahres trifft sich traditionell der CDU-Bundesvorstand zu seiner Klausurtagung. Was stand diesmal auf der Tagesordnung? Diesmal haben wir uns neben den aktuellen politischen Ereignissen, dem Anschlag in Paris, der uns natürlich betroffen gemacht hat und den wir verurteilen, vor allen Dingen mit der Frage, Leben in großen Städten, die Herausforderungen, die hier auch für die Politik im Raum stehen, befasst. Wir haben Gäste eingeladen, die uns auch über neue Mobilitätskonzepte, über Standards für Bildung und über neue Logistikkonzepte Auskunft gegeben haben am Beispiel des Hamburger Hafens, am Beispiel der Deutschen Bahn AG und der Hamburger Universität. Und das waren spannende Diskussionen. Die CDU steht vor großen Aufgaben. Es stehen mehrere Wahlen an in diesem Jahr. Wie will die Partei vor allem die Menschen in den Städten ansprechen? Ich glaube, wir müssen ein vielfältiges Angebot bereithalten. Die Städte haben ganz unterschiedliche Herausforderungen. Wir sind als erstes dafür, dass die Wirtschaftsräume gut entwickelt werden, dass die Bildungslandschaft intakt ist, dass auch Geld, wo der Bund zum Beispiel die Aufgaben übernommen hat, jetzt beim BAföG, dass das auch dann wirklich der Bildung in den Städten zugutekommt. Das ist in Hamburg leider nicht der Fall. Und wir haben über Ehrenamt in den Städten, aber auch Städte mit sozialen Problemen gesprochen, Vereinsamung und vieles andere mehr. Hier müssen wir Zentren auch finden, wo Menschen sich begegnen können, was vielleicht im ländlichen Raum viel sozusagen automatischer klappt. Und all diese Herausforderungen haben wir diskutiert. Die CDU diskutiert ja auch mit Blick auf 2017 ihre inhaltliche Ausrichtung. Da konnte man auf dem Parteitag in Köln schon erste Einblicke in die Arbeit der Kommission bekommen. Was sind die nächsten Schritte? Ja, wir haben heute auch über das Thema Parteireform CDU 2017 gesprochen. Und es war sehr interessant. Wir haben vor allen Dingen darüber diskutiert, wie wirbt man neue Mitglieder, aber vor allen Dingen wie können sich auch Mitglieder, die sich der CDU zuwenden, wohlfühlen. Welche Ansprüche, welche Vorstellungen haben sie? Und wir haben festgestellt, es reicht für viele nicht mehr alleine aus, nur in einem Ortsverband tätig zu sein, sondern sie wollen auch allgemeine Angebote hören, etwas über die Bundesprobleme, die Europaprobleme wissen und wie wir das sozusagen zusammenbringen, dass die Angebote, die wir neuen Mitglieder machen, passgenau sind und den verschiedenen Vorstellungen entsprechen. Das wird in unserer weiteren Arbeit der Parteireformkommission eine große Rolle spielen. Es wird sicherlich noch die eine oder andere Herausforderung geben in diesem Jahr. Was wünschen Sie sich ganz persönlich für 2015? Ich wünsche mir natürlich, dass wir Themen nicht nur diskutieren, sondern auch Lösungen anbieten. 2015 muss ein Jahr sein, in dem wir unsere programmatische Arbeit voranbringen. Und ich wünsche mir natürlich, dass von den vielen Konfliktherren, die wir auf der Welt haben, manche vielleicht einer Lösung zugeführt werden können, sodass wir etwas mehr Frieden haben. Aber ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist. Herzlichen Dank. Bitteschön.